das hörte diese schreckliche musik oh nein es ist schon wieder passiert alle heute ich bin metal mario master und ich bin ja wie ihr hören könnt die stadt ist schon wieder vernichtet worden wer hätte das gedacht ja das ist schon das zweite mal dass die ganze stadt hier tot ist passiert das passiert halt das ist jetzt halt passiert eine katastrophe boden ansteht von dem untergang wirklich bausers fest und greift uns aus der luft an was so liebbar bausers vergeltungsschlag bei luftangriffen sind wir völlig hilflos der hochstart von prinzessin beach wurde wohl behalten den little to town gehen evakuiert wird wird prinzessin sicherheit aber bausers fest und bedroht uns immer noch was im bausers fest und kennst du den weg ja klar vom bausers zimmer bis zum stillen örtchen ja klar ach so natürlich ihr seid ja experten für bausers festung wenn ihr beiden dorthin geht ist das sicher eine gute lösung aber klar nein in nationalen angelegenheiten können wir nicht immer mario in anspruch nehmen mag sein jedoch adieu ich gehe einfach hey mamik wo gehst du hin doch nicht etwa allein zu bau sagt rest in peace eure majestäten sollten wir nicht auch etwas unternehmen stimmt das bringt nichts hier zu warten was als nächstes kommt das war nur ein gedanke aber gab es da nicht irgendwo das klug denn ich würde ich seine zerpacken und den prinzessin hinterher rennen aber es bringt nichts hier genug zu fabulieren das waren wir am anfang so so eine sache damit konnte ich einfach nichts anfangen muss sein denn ich war nicht wie es weitergegen aber ihr habt es gehört bausers festung ist da und haben uns angegriffen was machen wir jetzt neue sachen kommen also so so mal gucken eben gucken bevor die welt ganz untergeht ja 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 jetzt würde ich ganz neu hier so das ist das immer freiseit hose schick noch nicht hohes potenzial erhöht deine hp und auch eine verteilung aber du verlierst dein pilzglück dadurch angenehm zu tragen der markenartikel auto hp erholung und manche verteidigung ja da muss ich hierbei beide beste holen machen wir macht eine panzerhose meine panzerhose im moment bringt mir nur verteidigung plus was aber nee ist das nichts ich hole ja auch eine so bitte wir haben neue rosen an mann sehr elastisch passt auch mal männer hat mann im moment chinos sehr bequem mit prinzen autogramm leicht kraft erschlage für sternboden mussten mit sternbodenmuster für flinke aha bringt uns also den erstschlag detektorhose schwer zu ziehen aber luftdicht an antidote 60 prozent also okay es schützt mich ja für vergiftung und die sind ein bisschen billiger also nicht mal nicht so gut dünnes bodenleder im tropenstil elegante jeans für modebewusste die sicherhose verhindert statusänderung bei angriff an antidote 66 prozent für aktive den ersten schritt tun kaose verrücktes muster modisch attacko anglos stärke steigt kurzfristig an rüchen alter bruder punkte steigen stark an alter das ist für uns beide gut und aber dafür verlieren wir unsere power verteidigung also wir machen mehr schaden bei kontern also ich weiß nicht wenn ich weiß nicht wie es ist aber ich du mein willst auch ein oder habe ich denn er war auch konnte pils hast du mehr dass das bringt die geile auch du bekommst mir angefangen und mir bp hp fluss sprung ist ist wenn wenn du wenn du mit sprüngen angreifst das kurze hp zurück das wird sie jetzt tragen nimm dir was herz nimm dir doch was in dem panzer ordnen in der panzer ordnung ja 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 wenn es ja einfach gut können wir jetzt weitermachen ja nur gucken kostet nichts ja ja halt die fresse gehen wir können wie wie auch immer dieses flug denkt weiß was damit gemeint ist nein das schiff ist doch untergegangen wenn du dir in die ms kicher herbst du meinst du untergegangen es gab nur eine sache ich bin am anfang nicht noch kommt das ist ja so wie ich bin mir der master ganz weg superlöse brauchen wir auf jeden fall max pizze was hast du gemacht du hast auf dem bildschirm gedrückt ja das kann sein und jetzt haben wir ganz jetzt kann ich mir gar kein maxi rum erholen also so geht schon ja tschüss geh weg ja wir kommen schon klar wir machen das schon mann ist irgendwie ein zuletzt ein gebiet oder so ne ja wir gehen jetzt auch ins letzte gebiet aber wir müssen dafür an einen ort gehen die wir schon lange verlassen haben und da kommen wir hin hin und zwar müssen wir halt nicht fest wir müssen ins lachdorf sehr lange ja deswegen ich habe sie noch nicht mehr freundlich erreichen konnten nee es ist so es gibt im lachdorf jemanden der uns dahin bringen kann der flug saurier und das ist der flug saurier die wir vom berg runter geholt haben ich weiß wenn du den siehst dann würdest du gleich einfallen also sie sind gut da bekommst du zurück und warte wir können auch im lachdorf noch etwas machen gab es auch noch diesen großen kupa der so einen weg rum stand mit der hohen sprung bitte schnell ja ich glaube auch ja auch kommen und das sehen wir uns an aha da sind wir wieder hey da sind wir wissen die superstars wir kommen jetzt öfter her ja dann klauen wir euch ich hoffe das ist in ordnung nein okay okay wir machen es trotzdem ja das ist eine Rolle spiel wir können doch nicht nachfragen jetzt weil wir irgendwas looten ja genau wir müssen noch looten loo 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 wir haben unser ganzes geld ausgedeckt wir brauchen wieder neues ja wir müssen wir müssen jetzt hier alle beklauen ey münzen das sind noch mehr nein die scheiße bekommen noch nicht vor das ist immer irgendwann nicht nur münzen los kommt weiter 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 dafür haben wir das alles gemacht ihr Pisser was ist denn los hä da hier er hier er war es der bringt uns gleich dahin aber erst gleich wir müssen noch eine gleichkeit machen ja 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 wir sind sowas da das geht weg passt uns nicht an genau wir fassen uns nur gegenseitig an ja das und schmeißen uns dagegen und ja und machen sonst was den rammig um ja Ja, ihr seid wirklich ein ungewöhnliches Paar. Da oben. Ja, 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 hier, gib mal her. Ein Goldpilz. Geil. Der heilt uns komplett, also HP und auch BP. Warte mal, ich will mal was probieren. Warte, wähle bitte die Hand aus. Warte mal. Klar, da passiert nichts. Da wäre jetzt was passiert. Warte mal, haben wir da... Irgendwas elektrisieren? Nee. Haben wir da schon mal mit dem Hammer reingeschlagen? Schlagen wir da mit dem Hammer rein. Jetzt. So. Also irgendwie ein Pfeil mit einem Loch. Klar, da passiert doch was. Ne Münze! Geil, Münze! Was? Das habe ich mir schon immer gewünscht. Du dir immer. Du dir auch? Nein. Wir werden mehr Münzen, also. Ich werde da Münzen rausregen, wenn nicht nur einer rauskommt. So. Jetzt lass uns die Welt retten. Ja. Was? Bauses Festung greift Brunenland an? Und Marmik hat sich auf den Weg dorthin gemacht? Verstehe. Die Lage ist also ziemlich ernst. Gut, haltet euch an mir fest. Wir fliegen zu Bauses Festung. Bereit zum Abflug? Bereit. Okay. Auf ins letzte Gebiet! Das sieht voll bedrohig aus. Ich warte hier. Wenn ihr zurückfliegen wollt, sprecht mich einfach an. Alles klar. Werden wir hier zurückfliegen müssen? Nein. 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 Wir werden jetzt hier bleiben. Tja. Wir sind im letzten Gebiet, meine Freunde. Wie viele Minuten haben wir schon? 13. 13. Okay. Da können wir ja weitermachen. Bausausfestung, Eingang. Los. Los, komm. Die schnappen wir uns. Der schnappen wir uns ein. Lugmilla. Herrin, Mario und Luigi greifen die Fett-Eerstung an. Pah. Als ob es diese Rohe-Krepierer bis hierher schaffen würden. Bausa-Brut, ihr seid dran. Rohe-Krepierer haben schon lange gehört. Oh mein Gott. Und... Hi. Na? Kommen dir die noch bekannt vor? Vorsicht. Aua. Ah. Hilfe. Komm, die schnappen wir uns. Oh Gott. Alter. Ein Doppel-Sniffes. Oh. Leider weg. Die bisschen haben wir. Aua. Weißt du, was das war ein Eis? Aber, Bruder. Ja. Aber guck dir an, wie fett die sind. Ich hab mich direkt mit auf. Oh. Toll. Du, die Investierung. Aua. Aua. Oh. Ah. Scheiße ich bin. Ich bin verwirrt. Ich kann nichts machen. na warte dafür wirst du sterben aber egal wir haben es geschafft auch wir fahren oder gefragt dass wir werden aber wir werden sterben werden als kriterien hier Warte. Warte. Moment mal. Gib mir ein Frischwurz. Gib mir was? Ich brauch ein Frischwurz. Gib her. Ich hab gehört, ein Frischwurz. Brrrr. Erinnert den ganzen Kampf an, oder? Bist du angegriffen? Ja. Ja. Das hält sogar noch länger an. Ist anders, als wenn du hinfallen würdest. Sieh mal ein Tapir am Ende. Aua. Hm. Aua. Ich glaub nicht, dass du den erreichen kannst. Ne. Den erreichst du nicht. Mal so als. Werner weinen. Aber auch. Mit dem Hammer auf den losgehen. Ja. Nein. Ich wollt. Gerne an beiden. Eins. Eins. Schafft auch nicht jeder. Ja. Na ja. Busse. Haben sehr wenig Hafe. Halten aber, äh. Machen, äh. Dafür können wir den auch immer nur zwei Schaden zu fügen. Frag mich nicht warum. komm mario powersprung alter du hast es hingekriegt hätte ich jetzt nicht gedacht na warte den schnappen wir uns zufalls chinos aber genau wegen dem gameboy sp bekomme ich immer wieder seltener items haben wir schon lange nicht mehr ja da waren sie doch gerade dann sind sie doch zu verständigungen mit spezial effekt okay wenn wir nicht gefällt dir nicht irgendwie gehen wir nicht mehr mehr verteidigung komm nein der ist näher gekommen oh mein gott und dann für welche schon bruder mein bruder nur zwei schaden bei den machen vier da oh come on guck dir an mein gott was jetzt eigentlich noch langsamer schon bruder der anreist flimmbruder den starten wir uns gesehen es wäre natürlich wenn du jetzt auch gedrückt ist ja ich glaube sie sind anfällig gegenüber elektro ja mein gott ich habe keinen bock geht einfach nach hause es wird meine kette kaputt dann zündet der typ mich an kommt das ist bester ich habe das kommt das ist doch man das kommt das best ich glaube hier müssen wir rum drumherum fliegen weil dieser balken der im weg ist fertig also wiederum ja was ich erst mal treffen ich gehe vor ich bringe uns rüber ja wie getroffen kommen die schnappen wir uns jetzt ich glaube du solltest dich heilen friss mal geilen superpilz das stimmt das stimmt ich kann mich auch nicht in der Zeit das stimmt ich bin ich bin in der Zeit das stimmt das stimmt ich bin ja deswegen sehen ist auch gegen vorjahren völlig nein was gibt es doch nicht alle gegen feuerresistent nicht die kugel nein 2 das gibt es doch nicht auf den anderen also auf dich 2 ap mehr als ich 22 ja ja bei der hand weg ich kann diese kugel nicht ausweichen es ist jetzt so langsam bis 23 nein nein ich setze mich die hand ein ich hole mit dem hammer so ich bringe uns jetzt rüber macht ja mache ich auch ich mache es auch gemacht hat ja mache ich doch ja könnte man ja mal machen muss man aber nicht so fertig da rein egal wie viele minuten haben wir 23 minuten ok oh gott das ist ja ist ja ist der ehre ich steuere jetzt ich werde uns ins beide steuern die steuerung ist ein ist für einander hier ich drücke nach drücken nach unten nach oben und er geht nach rechts ich drücke nach unten er geht nach links nach rechts er geht nach unten kommt den schnappen wo uns in dieser verfassung macht man ja noch abfällig ja kommt den holen uns den ig kommt den singt erst mal seine verteidigung das klingt nach dem plan was machst du denn da du bist du dein finger ausgerutscht erwartet nicht nein jetzt macht den schaden ich will die größte folge in die dame aller zeiten machen auch wenn mir das schon gelungen ist schon vorbeigeflogen ist trotzdem er ist so schnell ist so schnell bin ich so schwung brüder ja komm den schnappen wir uns 111 nein 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 ich schau wieder das kommt rein ins bester aber so was war und der erste down was man steilig hat sich ja das war wirklich steilig hat ja tausch mit mir den platz oder mach es so ja ok wir beenden den part hier bausers festung igis zimmer und wir beenden den part bis dann und ciao bei bei Das war's für heute.